Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, euer Sleeve-IP und willkommen einfach mal zu einem spontanen kleinen, ähm, nicht, einfach nur, damit ich einfach mal euch was erzählen kann, denn in der letzten Zeit habt ihr schon gemerkt, dass ich nicht so dazu gekommen bin, äh, Videos, äh, richtig zu produzieren, äh, entschuldigt mich das, ich hab im Moment nicht so viel Zeit, muss ich sagen, und, und ich hab im Moment wirklich nicht so viel Zeit, und, ach, jetzt hab ich schon, scheiße, egal, äh, ich hab in letzter Zeit nicht so viel Zeit, also verzeiht mir das, in letzter Zeit will ich eigentlich versuchen, immer ein bisschen selbst so zu zocken, so nach der Arbeit und so, und, ja, ähm, es werden wieder regelmäßige Videos kommen, vielleicht schau ich mir heute auch noch eine Reaktion an, die wir heute Abend nochmal angucken können, vielleicht lustiges Katzenvideo oder so, naja, Katzenvideo, lustige Fails oder so, was auch immer, wo wir dann versuchen, äh, nicht zu lachen oder so, das kommt ja vielleicht morgen oder so, wir schauen einfach mal, äh, aber das wollte ich auf jeden Fall euch sagen, es wird ja jetzt kein langes Video, aber, ihr könnt euch auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Menge freuen, wenn ihr wollt, dass ich, dass, die hab ich mit einem Freund angefangen, letztens erst, äh, wenn ich euch auf dem Laufenden halten soll, ähm, mit dieser Welt hier, dann könnt ihr gerne erst in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt, wenn nicht, dann mach ich das nicht, vielleicht, wie ihr es wollt, dann können wir mal gucken, ob wir ab und zu mal hier in die Welt einfach mal reinschauen, was die Welt so sagt hier, und dann können wir ab und zu mal hier reingucken, genau, ich hab hier auch, ja, ich hab das Ganze komplette Dorf eingezäunt hier, und habe hier auch schon, also hier ist ein Dorf, Rummel hier, und ab in eure Häuser mit euch, denn hier hab ich einen mit Reparatur, das ist schon relativ geil, und, ja, ich versuche einfach die nächsten Tage einfach mal wieder ein bisschen produktiver zu sein, gerade auch am Wochenende, wo ich dann auch wirklich die, auch wirklich, so, die auch doch eigentlich schon so die Zeit hätte dafür, mal so ein paar Videos für die Woche vorzubereiten, bloß irgendwie, aber dann bist du, dann ist Wochenende, und dann bist du auch auf jeden Fall kaputt von der, von der Arbeitswoche, und dann hast du irgendwie auch in der Woche keinen Bock mehr, und, ja, ich versuche mich da ein bisschen wieder reinzusteigen, weil es halt auch nach der, als ich wieder mit der Arbeit angefangen habe, dass es ja schon ein bisschen gedauert hat, bis ich dann wieder, ein bisschen so, in meiner Materie auch kam, wieder hier mit dem Aufnehmen und so, aber, auf jeden Fall, wundert euch nicht, die Materie wird wieder beginnen, ich versuche echt mein Bestes, dass ich wieder in die Materie reinkomme, aber, gebt mir dafür noch ein bisschen Zeit, und, es werden regelmäßig, alle zwei, drei, vier Tage, wenn, es wird auf jeden Fall mal ein Video kommen, da könnt ihr euch sicher sein, und nicht wundern, dass ich jetzt alles abbau, hier sollen auch überall erstmal Fackeln hin, damit ich die Monster auch wieder anmachen kann, damit wir dann hier, und wahrscheinlich würde ich das Dorf auf, ich würde gerade euch eher echt überlegen, weil, ich denke mal, auf 63 werde ich das, runter bauen hier, und, ja, da werde ich dann auch mal schauen, aber auf jeden Fall, werde ich ab und zu nochmal ein paar Minecraft Videos hochladen, da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, FIFA wird laufen, und dann werde ich mal gucken, ob ich mir vielleicht noch ein drittes, oder gar nicht noch ein viertes Projekt noch raussuche, oder so, das werde ich mir dann auch nochmal, da nochmal überlegen, was ich dann da noch machen tue, weil ich habe ja auch noch, so auf dem Rechner noch ein paar Spiele, und so, also, da kommen noch ein paar Sachen, also nicht wundern, im Moment ist es ein bisschen schwierig, für mich so ein bisschen, aber, Videos zu machen, aber, ich versuche mein Bestes, und ja, äh, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst, vielleicht auch schon morgen, beim Reaction Video, wir schauen mal, und dann sehen wir uns auf jeden Fall, vielleicht auch schon morgen, ciao, ciao.